Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Monkey Man, dem neuen Film, ich möchte fast schon sagen von Jordan Peele, aber auch nicht ganz so richtig, darüber werden wir dann gleich reden. Und mit ich werde nicht alleine darüber reden, seien wir ehrlich, das wäre auch bestimmt mal richtig toll gewesen, aber zum Glück habe ich einen Kollegen, der mir dabei hilft, nämlich den Siro, hallo. Prija, schudau, Tele-Stammtisch, me abgaus, spagatet. Willkommen, liebe Zuhörerinnen vom Tele-Stammtisch. Okay, ja, danke. Es ist das erste Mal, dass wir hier Podcasts gemeinsam und du outest dich gleich als Streber. Das fängt schon mal richtig gut an. Ich wollte mal eine neue Nuance reinbringen auf Handy, aber ich glaube, ich habe es komplett verkackt mit der Aussprache. Aber egal. Ja, ich hätte es auch nicht, ich habe hier schon mit Deutsch meine Probleme, von daher möchte ich jetzt keine bösen Worte fällen. Aber es ehrt dich, dass du es versucht hast, wirklich. Es ehrt dich wirklich sehr. Mein Lieber, wir beide konnten uns Monkey Man ansehen vorab. Das heißt, ihr werdet jetzt hören, wie zwei Schupansen über dem Affenmann redet. Das wird jetzt bestimmt total lustig. Monkey Man ist das Regiedebüt von Dev Patel, wurde unter anderem produziert von Jordan Peele, dem Regisseur von Get Out, Wir und Nope. Und sollte ursprünglich mal auf Netflix starten. Und Jordan Peele hat dann aber gesagt, Universal, hört mal, da gibt es diesen Dev Patel-Film, ich habe den schon gesehen. Der ist richtig gut. Kauft den mal von Netflix und sie haben es getan. Und ob das eine gute Investition war, das werden wir kommerziell erst im Mitte April wahrscheinlich wissen. Aber wir können euch jetzt sagen, ob es sich lohnt, diesen Film anzusehen. Und bevor wir diese Frage klären, kannst du, lieber Zero, uns kurz sagen, worum geht es eigentlich in Monkey Man? Also in einer Welt, in der Gewalt und Ungerechtigkeit regieren, sind ein Mann auf Rache an den Tod seiner Mutter. Wir haben also Kid, gespielt von Dev Patel, der lässt sich regelmäßig maskiert als Affe in so brutalen Untergrundfights komplett die Scheiße herausprügeln und kriegt dafür so ein paar lumpige Rupien. Und auf der anderen Seite sucht er immer noch einen Weg, an den Polizeichefter heranzukommen, weil der ist ja Schuld an den Tod seiner Mutter. Also schleust er sich in Organisationen ein, um seinem Ziel immer näher zu kommen und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo er dann ordentlich austeilt. Also typischer Rache-Plot mit Dave Patel in der Hauptrolle. Ja, vielen Dank. Ich hatte mich kurz bevor ich den Film gesehen habe mit dem Kollegen Sven aus der Pfalz unterhalten, liebe Grüße. Und der hatte mir erzählt, dass er kurz davor diesen Film gesehen hat, Verrang. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der lief letztes Jahr. Ich habe den noch nicht gesehen und Sven hat sich darüber beschwert, dass der Film einfach viel zu lang ist. Und er hatte sich einen Actionfilm erhofft und es kam zwar auch Action, aber wirklich sehr, sehr spät. Und die Wartezeit war ihm zu lang. Und danach hatten wir uns über Monkey Man unterhalten und Sven meinte so, boah, auf den, also der Trailer sah richtig geil aus und erfreut er sich richtig. Jetzt habe ich Monkey Man gesehen und als er aus dem Kino kam, das erste war, ich habe Sven geschrieben. Sven, ich glaube Monkey Man wird dir nicht gefallen. Denn wenn es darum geht, auf Action zu warten, ist das jetzt auch nicht gerade ein Film, der auf die, ja, aufs Graspedal tritt, oder? Das Problem ist halt wirklich der Trailer, ne? Der Trailer, also wenn man auf Action steht, denkt man sich, das wird ein richtiges Feuerwerk. Dann guckt man den Film, kriegt, auch wenn Action da ist, gute Action, meiner Meinung nach. Also da geht es schon ordentlich zur Sache. Nur er lässt halt gerade im Mittelteil, lässt er komplett das Gas runter. Und da wartet man und wartet man. Und, ja, ob sich das beim Ende lohnt mit der End-Action, naja, also wer nur auf Action steht, der sollte vorsichtig zugreifen, auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, der Film ist quasi fast schon zweigeteilt. Weil es gibt am, zu Beginn gibt es diese Story, dass Kit versucht halt eben, ja, in diese Welt einzutauchen, wo halt eben sein, der Typ halt gastiert, den er umbringen möchte. Und dann sucht er sich halt einen Job und, ja, macht auch Pläne. Das ist so die erste Hälfte. Und dann kommt es halt zu der ersten größten Action-Sequenz. Und ich gebe dir da recht, die Action ist echt gut gemacht, da kann man nichts gegen sagen. Und dann geht der Film immer noch weiter. Und irgendwie fühlt es sich für mich an, als ob das zwei Filme sind. Also es wirkt wirklich, dass, wenn er seinen ersten Racheakt da im Restaurant halt vollführt, hat sich das für mich schon fast angefühlt wie, ja, die Klimax. Des ersten Teils. Und dann haben sie Monkey Man 2 gleich noch weiter gedreht. Also ich habe danach ja ein bisschen mal nachgeguckt, weil ich jetzt auch kein Mist immer erzählen wollte. Ich hatte im Hinterkopf immer die Unberührbaren, ne, da in Indien mit den ganzen Kasten und so. Wollte aber jetzt nicht auf die Scheiße greifen, hat man doch mal nachgegoogelt. Und anscheinend ist das so, dass da, wo er im Mittelteil ist, sind halt die Dalits, heißt das da wohl. Und da wollte er vielleicht, also Dave Partey, irgendwas Politisches noch mit reinbringen aus seiner Heimat. Das passt aber halt zu dem ganzen Action-Plot nicht so richtig. Also ich finde seine Intention an sich ganz gut, ne, das so sichtbar zu machen. Aber es greift halt nur in diesen Action-Part richtig mit rein, weil das hat damit null zu tun und erklärt sich auch nicht, warum er dann irgendwie längere Zeit bei den Leuten da abhängt. Und das zieht einen so richtig raus. Das ist halt schade. Ja, vor allem, wenn du auch sagst, die kommen auch so plötzlich. Also es gab so Momente in dem Film, wo ich dachte, hatte ich gerade eben irgendwie Sekundenschlaf und habe die Einführung von irgendeinem wichtigen Charakter oder von irgendeiner wichtigen Gruppe verpasst und die kommen jetzt wieder. Aber nein, sie sind dann einfach plötzlich da. Und das führt mit dazu, dass der Film sich echt lang anfühlt. Also ich würde nicht sagen, dass er langartig ist, ich habe mich nie gelangweilt, aber er fühlt sich dennoch lang an. Er fühlt sich wirklich sehr episch an. Ich finde sogar, dass sich sowas wie ein John Wick Kapitel 4, der ja drei Stunden geht, kürzer angefühlt hat als Monkey Man. Boah, definitiv. Weil du hast bei John Wick hast du ja immer, wie in so einem Videospiel, deine partiellen Endgegnerkämpfe sozusagen. Und das verkürzt ja die Zeit. Da hast du immer schön gleich wieder Action. Da hast du halt diese langgezogenen Sachen, hast du ganz selten, wo du dir denkst, oh Gott, muss jetzt da nochmal sein, dass er erklärt, warum er das oder das macht. Das hast du ja bei John Wick seltener. Also es ist ein guter Actionfilm mit zu viel Leerlauf in der Mitte. Die Frage ist halt, ist es wirklich ein Actionfilm? Ist es vielleicht nicht doch ein Drama mit Action-Elementen? Also das kann man natürlich jetzt sehen, wie man will. Was ich aber nochmal sagen muss, ich finde, die Action ist wirklich gut gemacht. Sie ist zerschnitten, aber sich auf eine gute Art zerschnitten. Also ich hatte bei den Actionsequenzen nie das Gefühl, dass ich irgendwie nicht mehr weiß, wo jetzt wer steht. Das nicht. Aber es ist schon etwas geschnittener. Also es ist jetzt kein Taken 3, Gott bewahre. Es ist jetzt aber auch kein John Wick oder kein Mad Max Fury Road, wo halt die Schnitte wirklich sehr bedacht gesetzt sind. Trotz allem hat das hier bei Monkey Man immer einen gewissen Impact, immer eine gewisse Dynamik. Der Film ist auch stellenweise ordentlich brutal. Also wer auf roten Saft steht, wird ja auch gut bedient werden. Das Problem ist halt wie gesagt, dass es zwischen diesen einzelnen sehr guten und auch sehr großen Action-Pieces halt immer viel, viel Zeit dazwischen liegt. Mit halt eben Handlung und Figurenzeichnung. Das Ding ist ja bei Action, also Handlung ist ja immer nicht so verkehrt. Aber bei richtigen Action-Kracher, was der Trailer halt suggeriert, will man das als Fan halt gar nicht. Und gerade Dave Patel, der hat Taekwondo seit einem zehnten Lebensjahr gelernt. Der kann das. Also in den Action-Szenen, wie du auch schon sagst, sieht der halt auch gut aus. Ich hätte mir da auch gewünscht, dass die Kamera öfter mal doch wieder mehr rauszieht. Das wird leider nicht gegeben. Aber ansonsten macht er das wirklich solide. Und diese Hintergrundgeschichte eigentlich auch mit diesem Affen, diesem Hanuman, die wird ja auch so leicht nur angeschnitten immer. Was irgendwie sowas Mystisches hat, aber das wird auch meiner Meinung nach gar nicht richtig aufgelöst. Ja, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber für so ein Regiedebüt finde ich den schon ordentlicher als andere Sachen in den letzten Jahren. Also ganz ehrlich, für ein Regiedebüt war ich wirklich baff, wie gut der auch aussieht. Also es gibt viele Regiedebüts, die visuell toll sind oder gut sind. Aber ich finde Monkey Man, der wirkt ja wirklich wie aus einem Guss. Also ich kann schon verstehen, warum Jordan Peele der Meinung war, ey cool, lass mal den bitte von Netflix zurückkaufen. Weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, auf Netflix, da wäre der Film untergegangen. Also das wäre der obligatorische Film gewesen, der wäre zwei Wochen lang hier in der Top Ten von Netflix drin und danach Tchiskowski. Weil der, glaube ich, auf der Leinwand auch dann doch besser wirkt. Weil wenn du halt auf Netflix dir sowas anguckst und einen Actionkracher erwartest, dann ist halt, ja, der, ja, würde ich sagen, der Druck auf Vorspulen oder auf Geschwindigkeit erhöhen einfach sehr naheliegend. Und im Kino kommst du halt nicht drum rum, da musst du dir das halt angucken. Und ich finde, dass es, es gibt halt durchaus auch die guten Momente abseits der Action. Also der Film ist für mich jetzt nicht misslungen. Es ist natürlich klar, der Trailer, da haben sich ein Eigentor mit geschossen. Wenn du mit dem Film so bewirbst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn vermutlich über die Hälfte der Zuschauer da rausgeht und sagt so, ey, nee, das ist aber nicht das, was ich sehen wollte. Das ist ja ganz anders. Der Film hat sich so ein bisschen in die, wie soll ich sagen, unschöne Lage manövriert. Er ist für einen Mainstream-Action-Film, ist er zu arthausig und für einen Arthaus-Film ist er zu mainstreamig actionreich. Also der steht leider so komplett zwischen den Stühlen. Ich finde das irgendwie ganz nett, aber ich glaube, dem Film würde das nicht gut tun. Also langfristig wird man von dem nicht mehr viel reden. Ich schätze, wenn der jetzt im Kino kommt, wird er in dem Monat doch schon mal Gesprächsthema sein. Gerade bei Action-Fans, die dann natürlich auch das Gleiche sagen werden wie Trailer und was sollte das da in der Mitte, im Mittelteil. Aber ich glaube, da wird er schon ein bisschen auf jeden Fall einschlagen können. Ja, aber wie du sagst, also die Zielgruppe, die er ansprechen will, das weiß er, glaube ich, selber nicht so ganz. Also er nimmt viel zu viel auf sich mit mehreren Themen und kriegt das halt alles nicht richtig in die richtige Schiene. Wobei, eine Sache, da muss ich den Dev Patel wirklich für loben. Ich dachte mir nämlich zu Beginn, okay, Monkey Man mit dieser komischen Affenmaske, wo er ja auch im Ring steht, der wird vermutlich die ganze Zeit diese Affenmaske bei den Action-Szenen aufhaben, damit man nicht erkennen kann, ob er es ist oder ein Stuntman. Aber nein, er kämpft die meiste Zeit wirklich ohne Affenmaske. Das finde ich schon mal ist viel wert. Ja, aber obwohl ich sagen muss, beim Anfang hatte ich so leichte Kickboxer oder so alles, die in diese Richtung geht. Wo sie auch so auf dem Ring kurz kämpfen. So eine Anleihen hatte ich kurz und dachte, oh geil, das könnte so ein 80er-Action-Gedöns. Richtig cool, freu ich mich. Ist ja dann zum Glück beim Ende ja doch nicht, weil die sind ja alle relativ lasch von der Story her sonst. Aber da hatte ich so leichte Vibes, wo sie sich da so prügeln, weil auch die schöne Härte drin war. Da hätte ich aber ruhig gerne noch mal ein, zwei Fights mehr gesehen. Die haben mir Spaß gemacht. Ja, also die Fights sind jetzt kein Undisputed 2 oder 3, das kann man schon sagen. Aber die sind schon wuchtig inszeniert. Erfüllen auch so dieses Klischee, was man aus diesen alten Klopperfilmen kennt. Hier Best of the Best und wie sie nicht alle heißen. Aber ja, wie gesagt, das ist, ich wiederhole mich hier, der Film steht so komplett zwischen den Stühlen. Weil er kann irgendwie keines seiner angestrebten Publikums, er kann keiner der angestrebten Zuschauerschaften, glaube ich, so wirklich von Lenz befriedigen. Weil Action gibt es, die ist gut, aber dann letztlich zu wenig für das, was er sonst noch erzählt. Und auch diese Behandlung, er ist ja durchaus politisch und gesellschaftskritisch, der Film. Aber auch das ist so, das versumpft dann auch ein bisschen wieder in der Stilistik, wo ich auch immer das Gefühl hatte, okay, da hat Dev Patel schon so ein bisschen auf Reffen geschielt. Also wenn ich so ein paar Einflüsse nennen müsste für den Film, ist es Reffen, ist es natürlich ganz klar John Rick, ist es ganz klar Bruce Lee mit drin. Ganz klar natürlich auch klassisches indisches Kino, wobei es gibt ja kein klassisch indisches Kino, es gibt ja da Telugu, Bollywood und wie sie nicht alle heißen. Da steckt schon echt viel drin und vielleicht ist das das größte Problem des Films, es steckt halt einfach zu viel drin. Ja, wie gesagt, er kriegt das alles nicht unter einem Deckel, obwohl er wirklich viele gute Ideen hat. Da hätte er vielleicht wirklich, beim Ende, er hätte bestimmt auch Geld gekriegt für drei Filme. Dann hätte er halt 93 Minuten gemacht und hätte halt den ersten, wie du saß, das da in den Action-Part und dich reingeballert. Dann hätte er ein bisschen ernsteren zweiten Teil, der mehr in die politische, soziale Richtung geht. Beim Ende nochmal schönes Finale, was blutig ohne Ende wäre. So hat er alles halt in zwei Stunden geballert. Ja, nicht ganz so pricken am Ende halt. Ja, das stimmt schon. Also ich, das Interessante ist, ich kam aus dem Film raus und wurde gefragt, wie ich ihn fand. Wie eigentlich immer bei der Presseverführung. Und ich hab so relativ spontan gesagt, das ist ein Film wie ich. Der sieht toll aus, aber es ist zu viel dran. Und ja, es bleibt auch das Gefühl. Aber je weiter die Sichtung her ist, desto mehr Positives entdecke ich. Desto mehr, also ich finde es halt, wie gesagt, für ein Regiedebüt ist der halt wirklich echt gut inszeniert. Er will halt einfach zu viel. Also ich würde diesen Film nicht wirklich empfehlen, weil, ah, das ist einfach schwierig. Ich glaube, der wird nur einer sehr gewissen Zielgruppe sehr gut gefallen. Und zwar eine Zielgruppe, die sehr gut vielleicht innerhalb eines Films switchen kann zwischen, jetzt hab ich Bock auf blutige Klopper-Action und jetzt hab ich aber Lust auf stilistische Dramaturgie und Gesellschaftskritik. Und dann, glaube ich, kann man mit diesem Monkey Man ganz glücklich werden. Denn ansonsten könnte es auch durchaus sein, dass, wenn du, wie gesagt, jetzt nur wegen des Trailers ins Kino gehst, da wirklich zwei Stunden lang sitzt und dir denkst, alter, wann passiert endlich mal wieder was, ne? Gebe ich dir vollkommen recht, außer vielleicht mit dem ersten Beispiel. Ich weiß nicht, wie du aussiehst. Aber ansonsten, für Action-Fans, ich weiß nicht, also die Action, die drin gezeigt wird, ist zumindest, glaube ich, was ich dieses Jahr gesehen habe, bisher doch schon wird das Beste. Ich hoffe, es kommt noch Besseres, aber die Szenen, die... Chantal Märchen hat da. Ja, da, ich glaube, da wird richtig Action aufgehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber alleine dafür, für mich hat sich das dann gelohnt. Also für die Action-Fans hat sich gelohnt. Und auch die Bildsprache fand ich eigentlich auch schön. Also ich würde ihn schon leicht empfehlen. Also leicht. Also ich würde es mal so sagen, am gleichen Tag, am 4. April, schattet ja, glaube ich, auch der Godzilla X-Kong New Empire. Wenn ihr euch jetzt denkt so, boah, ich habe zwar schon Bock auf Action, aber die ist mir zu groß, die ist mir vor allem dann doch zu dumm mit Hohlerde und allem Pipapo, dann könnte vielleicht Monkey Man was für euch sein. Ansonsten, ah, es ist so ein bisschen schwer, weißt du, wenn es jetzt ein Spiel wäre, würde ich sagen, holt euch die Demo und schaut mal rein. Und hier kann ich nur sagen, ja, schaut euch die Trailer an, aber die Trailer suggerieren leider ein ziemlich falsches Bild. Deswegen kann ich nur sagen, hört auf Onkel Zero und Onkel Stu, denn die wissen, was gut ist. Und ja, ich für meinen Teil könnte jetzt schon mal zu meinem Fazit kommen, außer du möchtest noch irgendwas loswerden. Also ich hätte vielleicht noch eine Richtung für die Leute, die sich nicht entscheiden können. Wer halt so ein bisschen auf indische Filme steht und sich da ein bisschen auskennt, der könnte da halt auch ein paar Schauspieler immer wieder finden. Und das ist vielleicht auch immer noch interessant, weil der ist halt doch mit vielen indischen Darstellern auch gepickt. Und das wäre vielleicht noch so ein Kriterium, was man mit einbeziehen könnte, aber ansonsten bin ich beide und wir können wirklich zum Fazit übergehen. Aber dass du es nur angesprochen hast, das ist auch noch wichtig, weil das habe ich tatsächlich noch auf dem Zettel, das habe ich ganz vergessen. Wenn ihr auch erwartet, dass das so ein indischer Actionfilm, sowas wie jetzt RRR oder wie hieß der Javan oder wie die alle hießen, die jetzt zuletzt auch hierzulande relativ erfolgreich waren, das ist es auch nicht. Also es wird auch nicht gesungen plötzlich, ja. Also das müsste man vielleicht auch nochmal sagen. Dementsprechend versaut er sich mit dem Publikum auch. Ach, dieser Monkey Man, das ist ja ein Javina. Okay, also Fazitzeit. Ich habe ja mein Fazit gerade eben schon genannt, deswegen gebe ich es jetzt nochmal verkürzt wieder. Mir hat der Film ganz gut gefallen. Da steckt einfach zu viel drin. Und er wurde einfach auch nicht so klug beworben. Ich kann verstehen, dass er so beworben worden ist, weil so werden definitiv mehr Leute reinrennen, als wenn man gezeigt hätte, wie der Film wirklich ist. Aber für ein Regiedebüt ist das wirklich mehr als anständig. Da steckt viel hinter, da steckt viel drin. Alles ein bisschen zu viel, aber mit einem Wort beschrieben, der Film ist ambitioniert. Ambitioniert im Guten, wie im Schlechten, wie auch im sehr eindrucksvollen Sinne. Und das wird nicht jedem gefallen. Ich finde, das war ein guter Film. Kein Film, der am Ende des Jahres, glaube ich, auf irgendeiner Bestenliste von mir landen wird. Aber das muss er auch nicht. Ich sage, der ist ganz ordentlich. Aber wenn ihr euch den anguckt, bitte, 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 bitte erwartet nicht das, was der Trailer euch suggeriert. Dann könntet ihr mit dem durchaus Spaß haben. Serio, wie sind wir dir auch? Ich kann mich dem meisten anschließen. Das hat man, glaube ich, fast allem. Ich würde auch sagen, es ist ein ordentlicher Film. Hat mir, glaube ich, auch mehr Spaß gemacht, als ich dann zwischendrin mal dachte. Weil du hast recht, im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, die eine Szene, auch in einem ruhigeren Bereich, ist doch schon ganz schön gut. Also, wie gesagt, wer wirklich ein starker Action-Fan ist und auch wirklich schon einige Graupen gesehen hat, der sollte ihn trotzdem gucken gehen. Weil da kann er schon mithalten, gerade bei so ein paar 80er-Sachen. Aber man soll sich halt nicht vom Trailer täuschen lassen. Aber, wie gesagt, ich hoffe auf den nächsten Dave-Patell-Film. Also, geht da ordentlich mal rein. Ja, und vielleicht haben wir eines Tages Glück und Dave-Patell dreht ein Remake des Films, kürzt alles ein und die Hauptrolle über dem Scott Adkins. Dann bin ich dabei. Dann wird das ein Fest. Geil. Ja, gut, damit sind wir hier durch. Monkey Man ab 4. April im Kino. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem möchten wir hier noch kurz hinweisen, wir haben ein süßes kleines Special, nämlich die Masterclasses mit der 4. Ausgabe zurück. Es müsste jetzt schon online sein. Hört euch das unbedingt an, das war ein großer Spaß. Außerdem, ja, was soll's, Werbung noch für Schocker mit Schlogger, die neue Ausgabe erscheint. Am 13. April erscheint die neue Ausgabe und da darf ich Schlogger in die Welt von Hitcher, dem Highway-Killer, einführen. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Hört euch das unbedingt an. Ansonsten wäre das das von mir und meiner Werbung. Ich sage Tschüss. Zero, dir gebühren die letzten Worte. Gerne auch mit deiner eigenen Werbung, wie du willst. Erstmal vielen Dank. Ich kann auch nochmal Werbung machen für Schocker mit Schlogger. Höre ich mir jedes Mal an, macht richtig Spaß. Macht wirklich richtig Spaß. Ja. Geld geht gleich raus. Geld geht gleich raus, das hole ich mir am Montag ab. Aber ansonsten, wie gesagt, immer schön reinhören und liken, Leute. Das war's auch von mir. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus